Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester. Heute aus Rüsselsheim mit dem nagelneuen Opel Grandland. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir die letzte Modellpflege des Fahrzeugs gefilmt. Jetzt gibt es aber den ganz neuen und diesmal gibt es auch eine rein elektrische Version und genau die wollen wir uns heute anschauen. Wir sprechen natürlich über den Antrieb, die Reichweite, den Verbrauch und das Laden. Wir reden aber auch über allgemeine Themen, wie zum Beispiel den Platz im Innenraum, das Kofferraumvolumen, die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Infotainment, die Ausstattung, die Preise und vieles, vieles mehr. Mich würde es freuen, wenn ihr dranbleibt, denn jetzt geht es ab auf die Straße im neuen, rein elektrischen Opel Grandland. Unser Testwagen wird angetrieben von einem Elektromotor und zwar an der Vorderachse und der bietet uns hier maximal 157 kW bzw. 213 PS und liefert uns bis zu 345 Newtonmeter maximales Drehmoment. So ausgestattet soll unser Opel Grandland in 9 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit, die wird abgeregelt bei 170 km pro Stunde. Den Verbrauch, den gibt Opel an mit 17,7 bis 18,5 kWh je 100 gefahrene Kilometer und damit sollen wir mit einer vollen Batterie bis zu 585 km weit fahren können. Wie viel unser Fahrzeug tatsächlich verbraucht bzw. was es anzeigt, dass es verbraucht, das schauen wir uns zum Ende unserer Fahrt nochmals an. Der Grandland ist jetzt 2,10 m breit inklusive Außenspiegel. Was aber viel wichtiger ist, ist das neue Design gerade an der Front. Wir haben bei uns hier die beleuchtete Version des neuen Opel Visor inklusive dem beleuchteten Opel Blitz. Das ist für mich ganz klar der Hingucker an der Front, aber es gibt zum Beispiel in der Basis auch schon LED-Scheinwerfer. Optional könnt ihr aber auch das neue adaptive Matrix-LED-Licht bestellen. Schauen wir weiter runter, dann haben wir hier im Bereich in Wagenfarbe. Dann haben wir hier unten einen großen Lufteinlass in glänzendem Schwarz gehalten, starke Kontraste. Und das gilt auch für die Abrisskante hier vorne. Damit steht er schön satt auf der Straße. Und das wird nochmal unterstützt durch diese angedeuteten Lufteinlässe an der Seite, auch wieder in glänzendem Schwarz. Schauen wir mal an die Seite, hier gibt es in der Basis 19 Zoll Alu-Räder, bis zu 20 Zoll sind bestellbar. Die haben wir hier auch drauf und ich finde, die sollten es sein. Insgesamt ist das Fahrzeug massiv gewachsen. Der ist jetzt 4,65 Meter lang, hat einen Radstand von 2,80 Meter und eine Höhe von 1,67 Meter. Damit ist er jetzt allein schon mal über 17 Zentimeter länger als der Vorgänger. Und das merkt man natürlich auch beim Innenraum. Wir fahren ein SUV, was hier nicht fehlen darf, sind ganz klar die Beplankungen, sowohl an den Radhäusern wie auch am seitlichen Schweller. Bei uns in glänzendem Schwarz gehalten. Damit einen schönen Mix aus so einem robusten SUV-Look gepaart mit einem gewissen Schick. Und das gilt auch für die Außenspiegelkappen, denn auch die sind in glänzendem Schwarz gehalten. Ansonsten haben wir bei uns noch das schwarze Dach mit an Bord. Das sorgt einfach dafür, dass das Fahrzeug optisch nicht mehr so hoch wirkt. Gehen wir ans Heck, dann haben wir hier oben den großen Dachkantenspoiler. Da drunter dann die fast schwarz getönte Heckscheibe bei uns. Dann neu, auch hier am Heck, wieder ein Lichtleiter und in der Mitte den Opel-Schriftzug ebenfalls beleuchtet. Außerdem gibt es bereits in der Basis schon LED-Rückleuchten. Und was auch komplett neu ist, der Grandland-Schriftzug. Der ist jetzt in die Heckklappe geprägt. Finde ich eine sehr schöne und sehr elegante Lösung. Da drunter haben wir dann wieder wie vorne viel glänzendes Schwarz und damit auch am Heck. Wie ich finde, einen sehr schönen Abschluss. Auch hier wieder seitlich noch mal Elemente, die das Fahrzeug zusätzlich breiter machen. Ich finde ja, so steht er richtig gut und vor allen Dingen viel moderner als sein Vorgänger auf der Straße. Aber wie gefällt euch das Exterieur des neuen Opel Grandland? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr von dem neuen Look haltet. Im Innenraum unseres Grandland finden wir viele unterschiedliche Oberflächen, die, wie ich finde, vernünftig verarbeitet sind. Aber fangen wir mal bei der Tür an. Ich habe hier oben so eine Art Filz. Dann habe ich in der Seite eine schöne Ziernaht und dann immer noch diese gleiche Filz-Oberfläche. Dann gehe ich weiter runter. Da habe ich dann eine strukturierte Oberfläche. Und im vorderen Bereich, Richtung Armaturenbrett, habe ich eine Carbon-Optik. Wenn ich weiter runter schaue, dann habe ich hier eine bespannte Oberfläche für die Armauflage und den Türöffner. Den Bereich der Bedienung, das ist in glänzendem Schwarz ausgeführt. Hier ist eine sehr schön saubere Ziernaht. Und unten die Ablagen, die sind dann komplett aus Hartplastik. Beim Armaturenbrett finde ich im vorderen Bereich eine Soft-Touch-Oberfläche. Davor dann eine strukturierte Kunststoff-Oberfläche. Davor wiederum rechts und links eine Carbon-Optik. Und dann geht es runter in die Stirn. Dort habe ich einen glänzend-schwarzen Bereich, habe das Ambiente-Licht und habe dann im unteren Bereich wieder eine Kunststoff-Oberfläche hier mit einem sehr schönen Schwung. Das ist gut gemacht. Und finde aber, das sind irgendwie zu viele Materialien. Denn das zieht sich tatsächlich durch. Ich finde diese Oberflächen überall im Auto. Zum Beispiel hier die Seite der Mittelkonsole ist auch wieder bespannt im oberen Bereich. Unten haben wir wieder eine Soft-Touch-Oberfläche. Und wenn wir dann weiter zurückschauen, dann haben wir hier wieder eine Kunststoff-Oberfläche um die Becherhalter herum. Und die Mittelarmlehne, die ist logischerweise wieder bespannt. Auch hier wieder mit einer sehr schönen Ziernaht. Das Lenkrad, das bietet uns grundsätzlich einen sehr schönen, weichen Lenkradkranz mit einer sauber gearbeiteten Ziernaht in der Kontrastfarbe. Das gefällt mir gut. Wir haben alles sehr schön Ton und Ton gehalten. Das gilt auch für das Opel-Logo in der Mitte. Allerdings finde ich, dass die Bedienelemente rechts und links auf diesem matten Schwarz irgendwie ein bisschen lieblos oder langweilig aussehen, weil da einfach so ein bisschen Struktur fehlt. Ist zumindest meine persönliche Meinung. Aber da bin ich gespannt auf eure Reaktion. Schreibt mal einen Kommentar, was ihr davon haltet. Wenn wir uns die Sitze anschauen, dann haben wir hier eine Oberfläche, auch wieder unterschiedlichste Materialien. Wir haben eine Mittelbahn aus einem anderen Material als rechts und links, die Sitzfläche. Wir haben eine Seitenwange aus zwei Materialien. Da übrigens auch wieder eine schöne Ziernaht. Aber insgesamt muss ich sagen, wir haben sehr viele unterschiedliche Oberflächen an Bord. Und ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen reduziert werden würde. Aber das ist vielleicht einfach nur mein persönlicher Geschmack. So oder so ist der Innenraum auf jeden Fall deutlich moderner als beim Vorgängermodell. Und daher finde ich, hat er im Prinzip dann doch einen Daumen nach oben verdient. Zum Marktstart gibt es für den Grandland drei unterschiedliche Antriebsvarianten. Den Anfang macht unserer hier, also der rein elektrische. Wir haben hier einen Elektromotor an Bord. Der leistet maximal 157 kW bzw. 213 PS. Dann gibt es den sogenannten Hybrid. Hier haben wir einen 1,2 Liter Benziner an Bord als Mildhybrid ausgelegt. Der wird dann unterstützt von einem 21 kW starken E-Motor. Und der Benziner alleine bietet hier schon mal 100 kW bzw. 136 PS. Wird aber durch den E-Motor eben zum Beispiel beim Boosten nochmal unterstützt, damit wir da einfach ein bisschen mehr Schub verspüren dürfen. Dann gibt es den Plug-in-Hybrid. Die Basis ist hier ein 1,6 der Benziner mit 150 PS. Der wird aber unterstützt von einem 92 kW starken E-Motor. Und damit gibt Opel die Systemleistung hier an mit bis zu 195 PS. Das geschaltet wird bei dem kleinen Mildhybrid über ein 6-stufiges EDCT. Bei dem Plug-in-Hybrid ist es ein EDCT mit 7 Stufen. Alle Fahrzeuge sind übrigens immer frontgetrieben. Hier vorne auf dem Fahrer- und Beifahrersitz, da finden auch große Menschen wie ich mit 1,95 m Körperlänge wirklich mehr als ausreichend Platz. Ich sitze aufrecht im Auto, habe über dem Kopf noch wirklich ordentlich Raum über, habe genug Platz um die Schultern, genug Platz für die Beine und kann das Lenkrad wirklich sehr ordentlich einstellen. Mein Sitz bietet einen richtig guten Komfort, bietet einen wirklich vernünftigen Seitenhalt. Die Kopfstütze funktioniert auch für große Menschen und ich kann zudem auch noch die Beinauflage verstellen. Und damit ist das wirklich ein Platz, an dem ich mich wohlfühle und das auch auf einer längeren Strecke. Wie viel Platz dieser Grandland auf der Rückbank bietet, wenn jemand wie ich hier vorne sitzt, das schauen wir uns gleich bei einem Zwischenstopp an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz habe ich nicht verstellt, wie sie es gehört und wir schauen mal hinten rein. Das schaut doch grundsätzlich gut aus. Mal schauen, wenn ich einsteige, was dann passiert. Also wie man sehr schön sehen kann, vor den Knien habe ich tatsächlich noch richtig viel Platz, das funktioniert gut. Für die Füße wird es unterm Sitz eng, aber dahinter ist eigentlich für normal große Füße auch noch Platz genug. Auch über dem Kopf habe ich noch Luft, also bestimmt fünf Zentimeter, von daher passt das alles. Einzig gefühlt sind die Knie sehr weit oben. Also das ist jetzt nicht super komfortabel, aber ich bin halt auch wirklich groß. Und damit finde ich das insgesamt ein sehr vernünftiger Eindruck, den der Grandland hier hinterlässt. Zur Basisausstattung im Opel Grandland gehören unter anderem Dinge wie eine Klimaanlage, wie das volldigitale Cockpit. Es gibt dann ein 10 Zoll Touchscreen für die Bedienung des Infotainment-Systems. Es gibt aber auch Apple CarPlay, Android Auto und auch digitales Radio bereits im Basisumfang. Und übrigens bei der elektrischen Version gibt es auch die Wärmepumpe bereits im Standard. Man kann natürlich deutlich mehr bekommen und das sind dann Dinge wie zum Beispiel elektrisch verstellbare Sitze mit Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massagefunktion und Memoryfunktion. Es gibt eine Fokal-Audioanlage, es gibt das große Panorama-Glasdachen, Head-Up-Display und vieles weiteres, was man hier für das Fahrzeug bestellen kann, um den Wagen einfach nochmal aufzuwerten und vor allen Dingen auch zu individualisieren. Und damit gibt es in der Basis, wie ich finde, eine vernünftige Grundausstattung und optional die Möglichkeit, diesen Grandland wirklich so auszustatten, dass man sich definitiv wohl fühlt. Allerdings muss man wie immer für diese Sonderausstattung eben auch gesondert bezahlen. Jetzt schauen wir uns mal das Infotainment und das Cockpit unseres neuen Grandland an. In der Basiskonfiguration findet ihr vor euch ein 10 Zoll großes Cockpit und findet auch einen 10 Zoll großen Touchscreen für die Bedienung des Infotainment-Systems. Wir haben die größere Variante an Bord, das heißt, wir haben erstmal hier auch wieder ein 10 Zoll großes volldigitales Cockpit. Das bietet uns die wichtigsten Informationen zum Fahren, wie zum Beispiel natürlich die Geschwindigkeit, aber auch Informationen zur Reichweite, Außentemperatur und Ähnlichem. Und wir können das Ganze anpassen über die Tasten hier, den entsprechenden Hebeln. Dadurch können wir uns unterschiedliche Inhalte anzeigen lassen, können Dinge ausblenden, können aber auch zum Beispiel letzten Fahrten und Ähnliches sehen, sodass ja schon eine gewisse Individualisierung möglich ist. Zusätzlich haben wir bei uns mit an Bord das Head-Up-Display. Das ist optional, auch das macht einen guten Eindruck, das ist eine sehr schön große Darstellung, auch zum Beispiel mit einer großen Kartenansicht, wenn ihr möchtet. Und auch da gibt es natürlich das Wichtigste, immer so ein bisschen der Spiegel von dem, was ihr hier im Cockpit seht. Und daher müsst ihr während der Fahrt eigentlich, wenn ihr das habt, nicht mehr ins Cockpit schauen. Funktioniert meiner Meinung nach gut. Nur wenn ihr sehr groß seid, so wie ich, dann schneidet der oben so ein kleines Stück ab, auch wenn ihr es nach ganz unten stellt. Aber ansonsten funktioniert es wirklich einwandfrei. In der Mitte finden wir bei uns einen 16 Zoll großen Touchscreen. Und der empfängt uns mit einem Startbildschirm, links Navigation, dann hier zusätzliche Einsätze für das Thema App-Listen, Medien oder auch das Thema Heizen der Sitze zum Beispiel. Und dann haben wir rechts nochmal einen Einklinker mit einem Inhalt, der jetzt uns gerade eine Uhr anzeigt. Aber wir können hier zum Beispiel auch wischen und können hier unterschiedlichste Inhalte anzeigen lassen, sodass wir uns das Ganze ein bisschen anpassen können. Wir können zum Beispiel auch mit einem Klick die Karte vergrößern. Auch das funktioniert einwandfrei. Was man außerdem hier sehr schön sieht, wir fahren ein Elektrofahrzeug und natürlich ist das Thema Navigation und Ladeplanung und ähnliches nicht unwichtig. Wir können hier sehen, ich habe jetzt einmal mal meine Heimatadresse eingegeben und er sagt mir sofort, ich muss hier einmal zwischendurch laden. Das wird sehr schön in der Karte dargestellt. Auch das funktioniert einwandfrei. Und das gilt übrigens auch für das Thema Ladesäulen suchen. Auch das geht hier sehr schnell. Was ihr außerdem immer mit an Bord habt, das ist Apple CarPlay und Android Auto. Und das findet ihr dann hier oben links. Direkt zum Anwählen, auch wie ihr sehen könnt, sofort, pfeilschnell zur Verfügung. Auch das funktioniert wirklich sehr gut. Und wir haben natürlich hier die üblichen Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier zum einen eine App-Liste, in der wir alle Funktionalitäten des Fahrzeugs nochmal sehr schön sehen können. Wichtig hier sicherlich das Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme. Da gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten. Wie immer typisch für Opel die Möglichkeit, hier Verknüpfungen herzustellen, also für Favoriten. Es gibt aber auch den gesamten Funktionsumfang, wo ihr komplett das Fahrzeug auf eure Wünsche anpassen könnt. Und es gibt wie immer auch nochmal den Link zu den Video-Tutorials. Ansonsten ist das ein typisches Menü, wie wir es von Opel-Fahrzeugen kennen. Halt alles ein bisschen moderner, ein bisschen aufgeräumter und bietet wirklich die Möglichkeit, das Fahrzeug auf die persönlichen Wünsche anzupassen. Und wie gesagt, es unterstützt halt auch sehr ordentlich beim Thema elektrisches Fahren. Darüber hinaus haben wir hier drunter nochmal Shortcuts, finde ich auch gut gelöst. Nämlich hier einmal die Fahrzeugeinstellung und einmal auch den Startbildschirm und auch nochmal die Klimaanlage. Und dann gibt es hier unten auch nochmal die Möglichkeit, direkt zum Beispiel zur Klimasteuerung zu kommen. Auch das funktioniert alles sauber. Und daher gibt es von meiner Seite für dieses Thema Ansichten, Bedienung und Erreichbarkeit und auch Individualisierungsmöglichkeit für das Infotainment und auch das Cockpit definitiv mal einen Daumen nach oben. Unser Testwagen hat ein angegebenes Leergewicht von rund 2,1 Tonnen. Das ist damit nicht leicht, aber wir fahren halt auch ein elektrisches SUV. Aber unser Antriebsstrang kommt damit grundsätzlich gut klar. Wir haben eben diese 157 kW bzw. 213 PS. Und wenn ich jetzt hier bei 60 mal im Normalfahrmodus durchtrete, stellen wir fest, der zieht einfach vernünftig und zügig vorwärts, so wie es sein soll. Ist kein Sportwagen. Aber wir haben ja noch andere Fahrmodi. Und das geht ganz einfach hier über die Mittelkonsole. Da schalte ich um von normal zum Beispiel mal auf Sport. Und dann merke ich sofort, dass die Leistung, die das Fahrzeug zur Verfügung stellt, eine andere ist. Der Wagen wirkt insgesamt wie vorgespannt. Wenn ich jetzt drauf trete, merken wir, der geht anders vorwärts. Da ist einfach mehr Druck da. Und das ist genau das, was wir uns natürlich von einem Sportmodus auch wünschen. Ich kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen und kann einfach mal von Sport umschalten. Wieder auf den Normalfahrmodus oder eben auf den Eco-Fahrmodus. Und hier im Eco-Modus, da ist es halt so, dass sich das Fahrzeug insgesamt zurücknimmt. Da ist zum Beispiel auch das Thema Klimakomfort leicht eingeschränkt. Einfach um Energie zu sparen, um die Reichweite zu optimieren. Und das merke ich eben auch beim Tritt aufs Gas. Er braucht einen kleinen Moment, bevor er dann überhaupt loslegt. Aber grundsätzlich beschleunigt er immer noch wirklich vernünftig, sodass wir da nichts vermissen. Zusätzlich haben wir hier bei unserem Fahrzeug eine Lenkung, die, wie ich finde, gut zum Fahrzeug passt. Die ist direkt genug, ist aber nicht überempfindlich. Wir haben ein Bremspedal, das ist vernünftig zu dosieren. Und wie gesagt, die Gasanhaben haben wir gerade schon gesehen. Und ich finde, das Fahrwerk macht einen vernünftigen Job, denn das bietet einen vernünftigen Komfort, so wie man das von einem SUV wünscht. Ist aber nicht schwammig und kommt mit dem Gewicht des Fahrzeugs grundsätzlich gut zurecht. Und deswegen muss ich sagen, gefällt mir das Paket, bezogen auf dieses elektrische SUV, wirklich gut. Was übrigens auch super ist, wenn ihr umschaltet auf Sport, dann ist das gesamte Ambiente-Licht und alle Anzeigen mit Rot untersetzt. Das sieht echt klasse aus. Das hat dann wieder wirklich was. Für den Opel Grandland wird es zum Marktstart zwei unterschiedliche Batteriegrößen geben, nämlich entweder 73 oder aber 82,2 Kilowattstunden netto. Wir haben hier die größere der beiden an Bord und damit soll unser Fahrzeug bis zu 585 Kilometer fahren können, ohne nachzuladen. Geladen werden kann er übrigens hier und das geht entweder mit Wechselstrom. Hier wird eine maximale Ladeleistung von bis zu 11 kW versprochen. Damit sollen wir von 20 auf 80 Prozent nachladen können in circa fünf Stunden. Schneller geht es natürlich mit Gleichstrom. Hier verspricht Opel bei unserem Fahrzeug eine maximale Ladeleistung von bis zu 150 kW. Und damit sollen wir hier von 20 auf 80 Prozent nachladen können in 29 Minuten. Es wird aktuell aber noch eine größere Batterie in Aussicht gestellt. Die soll dann für bis zu 700 Kilometer Reichweite genügen. Bereits an der Basis bietet der Grandland unter anderem Systeme wie eine Berganfahrhilfe, einen Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, aber zum Beispiel auch ein Tempomat und eine Verkehrszeichenerkennung gehören hier zum Basisumfang. Man kann natürlich mehr bekommen und das sind dann Systeme wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera. Es gibt eine 360-Grad-Kamera, es gibt einen Todwinkelwarner, einen teilautomatisierten Spurwechsel oder aber auch eine intelligente Geschwindigkeitsanpassung sind Systeme, die man dazu bestellen kann, um den Wagen nochmals komfortabler und nochmals sicherer zu machen. Und damit hat man, wie ich finde, in der Basis schon mehr als das, was man wirklich braucht und kann eben trotzdem noch mehr bekommen, um dann eben das Fahrzeug einfach den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Jetzt probieren wir mal aus, wie gut diese Assistenzsysteme funktionieren und dafür schalte ich hier doch einfach mal den Tempomat ein und stelle den auf 70 Kilometer pro Stunde, denn das ist das, was wir hier fahren dürfen. Und die Spurführung ist automatisch mit aktiv und wenn ich jetzt mal die Hände vom Lenkrad nehme, stellen wir fest, der Wagen bleibt schön sauber in der Spurmitte. Er sagt jetzt hier, wir können die Geschwindigkeit übernehmen auf 100 Kilometer pro Stunde. Das macht er automatisch, dass er mir das vorschlägt, sobald sich da bei den Verkehrszeichen was ändert. Auch das macht er wirklich sehr ordentlich. Er beschleunigt recht zügig, aber funktioniert alles gut. Und wie gesagt, die Spurführung funktioniert ebenfalls gut. Er wird gleich warnen, dass ich die Hände ans Lenkrad tun soll. Das macht er jetzt. Und das Ganze funktioniert übrigens kapazitiv. Also von daher definitiv ein System, das mich so unterstützt, wie ich mir das während der Fahrt vorstelle. Da gibt es von meiner Seite aus nicht wirklich was zu meckern. Der Opel Grandland bietet laut Datenblatt mit aufgestellter Rückbank bis zu 550 Liter maximales Ladevolumen. Klappt er die Rücksitze komplett um, was hier geteilt möglich ist, dann sollen daraus bis zu 1645 Liter werden. Wie ich finde, ein vernünftiges Volumen für diese Fahrzeugkategorie. Übrigens gilt das für alle Antriebe. Also völlig egal, ob es Hybrid, Plug-in-Hybrid oder wie bei uns der rein elektrische ist. Schauen wir uns den Kofferraum im Detail an und stellen wir fest, wir haben hier den fast ebenen Übergang von der Ladekante zum Ladeboden. Wir können den Ladeboden anheben und dann können wir den hier oben arretieren. Das finde ich super praktisch. Darunter finden wir ein ordentliches Fach, aber wir können den Ladeboden auch absenden. Auch das ist machbar. Dann habt ihr einfach ein bisschen mehr Laderaumhöhe, was hier und da einfach auch mal praktisch sein kann. Was mich ein bisschen stört, ihr könnt die Rücksitze nicht vom Kofferraum aus umklappen. Da gibt es keine entsprechenden Funktionen dafür. Finde ich ein bisschen schade, aber ihr könnt mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen. Und die maximal gebremste Anhängerlast für unser Fahrzeug wird angegeben mit bis zu 1,2 Tonnen. Die Stützlast beträgt laut Datenblatt bis zu 80 Kilogramm. Der einzige Wagen, der mehr ziehen dürfte, das wäre der Plug-in-Hybrid. Da wären es bis zu 1,5 Tonnen. Zum Ende unserer Fahrt schauen wir uns jetzt nochmal das Thema Verbrauch an. Wenn wir uns erinnern, im Datenblatt steht, dass unser Fahrzeug 17,7 bis 18,5 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer brauchen soll. Schauen wir jetzt bei uns ins Display. Wir sind heute bei dem schlechten Wetter nicht so viel gefahren. Das waren jetzt nur 70 Kilometer. Aber wir sehen hier 17,6 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer in der Anzeige. Das ist schon mal, wie ich finde, eine ganz überzeugende Vorstellung. Außerdem haben wir nach diesen 70 Kilometern noch eine Restreichweite. Die wird uns angezeigt mit 505 Kilometer. Losgefahren sind wir mit einem vollen Akku bei, ich glaube, etwas über 580 Kilometern. Also auch das Bild passt wirklich gut zusammen und ist komplett auf diesem Bereich der Datenblattwerte. Und ich finde, das ist wirklich insgesamt eine sehr ordentliche Vorstellung. Wichtig ist allerdings, all diese Werte sind nur abgelesen und nicht gemessen. Was sagt ihr denn zu dem Thema Verbrauch? Ist das was, wo ihr sagt, boah, das ist sehr ordentlich, gerade im Vergleich zu den Datenblattwerten? Oder seid ihr der Meinung, der könnte noch sparsamer sein? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr vom Verbrauch unseres Fahrzeugs haltet. Wenn ihr euch für den neuen Grandland interessieren solltet, dann müsst ihr aktuell mindestens 36.400 Euro einplanen. Dafür gibt es allerdings das Basismodell, also den 136 PS starken Mildhybrid in der Grundausstattung. Soll es lieber der Plug-in-Hybrid sein, dann wird es deutlich teurer. Dann da reden wir dann tatsächlich schon von rund 40.000 Euro. Und wenn ihr rein elektrisch fahren wollt, wird es wesentlich teurer. Denn da fängt die Basis mit dem kleinen Akku an bei rund 47.000 Euro. Unserer hier in der Ausstattung GS mit dem großen Akku an Bord kostet knapp unter 52.000 Euro und ist damit leider kein Schnäppchen mehr. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite, da finde ich vernünftig dimensionierte Ablagen. Schaue ich in die Mittelkonsole, da gibt es im unteren Bereich bei uns ein großes Fach mit einer gummierten Auflagefläche. Finde ich super, weil da rutscht nichts hin und her. Und oben drüber finde ich dann im vorderen Bereich ein Fach, das ich öffnen und schließen kann. Und darunter unter anderem zwei USB-Anschlüsse. Davor gibt es etwas komplett Neues, die sogenannte Pixelbox. Und das heißt, wir haben hier ein Material, durch das wir hindurchschauen können. Und dahinter könnt ihr euer Mobiltelefon nicht nur sehen, sondern dort auch zum Beispiel auf der induktiven Ladeschale kabellos nachladen. Ich finde es persönlich ein nettes Gimmick, weil wenn dieses Fach hier zu ist, kann ich dennoch mein Telefon sehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, da ist per Bluetooth oder aber auch per Apple CarPlay oder Android Auto mit dem Fahrzeug kabellos verbunden ist, ist das jetzt nicht zwingend notwendig. Aber es ist auf jeden Fall mal was Neues. Dann haben wir dahinter nochmal zwei Becherhalter. Und dann kommt hier die geteilt aufklappbare Mittelarmlehne. Darunter gibt es nochmal ein bisschen zusätzliches Stauraum. Dann habe ich hier vorne noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach. Und wenn ich dann auf die Rückbank schaue, da gibt es für die Passagiere im Fond natürlich Ablagen in den Türen. Es gibt Becherhalter in der runterklappbaren Mittelarmlehne. Und es gibt auf der Rückseite von meiner Mittelkonsole für die Passagiere im Fond noch zwei Ablagen und auch nochmal zwei USB-Anschlüsse. Das war meine Probefahrt im neuen Opel Grandland. Und ich muss ehrlich sagen, der Wagen gefällt mir wirklich gut. Der ist außen wie innen deutlich moderner geworden. Weit weg von seinem Vorgängermodell. Und er fährt sich vor allen Dingen auch noch gut. Und gerade hier als elektrischer ist er wirklich vernünftig unterwegs und macht einfach nur vieles richtig. Und deswegen mein Tipp, sucht ihr ein rein elektrisches SUV oder vielleicht alternativ einen Grandland mit Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb, dann fahrt den Wagen auf jeden Fall mal. Probe könnte genau das Auto sein, das ihr gerade sucht. Mich würde es freuen, wenn euch das Format gefällt. Wenn das ist, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Denn dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Fahrbericht hier bei die Autotester. Und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Mal.